Aber Shader-Mod hast du rausgenommen, ne? Shader-Mod ist eigentlich raus Ich bin jetzt gerade mal überlegen Ob ich einfach mal den Standard lade Shader benutze ich sowieso nicht Ich werde das mal kurz machen Also werde ich einfach ganz kurz hier die Verbindung kennen Keine Sorgen, das seht ihr nachher alles nicht Alles aufstellen auf MC Nehmen wir eben komplett die Version ohne So Ihr könnt schon wieder was zu essen vertragen Wie viel essen willst du eigentlich noch? So viel wie ich brauche Schandig Woher habt ihr gelaufen? Suchen finden Na ja ja So Hier sind ja 5 gebratene Schweinefleisch drin Ja, die hab ich da reingeschmissen Hacks in die Truhe erstmal Ich muss mir gerade mal eins einverleiben Ich habe auch bloß noch zweieinhalb Brot dazu Hunger Und ähm Aber das eine Gummischweinsgrad weggehüpft Wo ist denn das? Ein Huhn höre ich aber das Schwein sehe ich nicht Okay Ja das Huhn habe ich gefunden Aber das Schwein ist weg Ich bin gerade im Kohlebergwerk Okay Ich kraft mir gerade allerhand Steinwerkzeug Du kraftst dir gerade Steinwerkzeug? Ja ich grabe Steinwerkzeug Das geht Das geht Den ganzen Mitteln Na dann Wohin ab Da Ja 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 Hast du deinen Körbis irgendwo hingesetzt? So jetzt erstmal nochmal zurück Entschuldigung für die technische Störung Die ihr jetzt gerade erleiden musstet Aber das ging ja hier gar nicht Jetzt habe ich das mal ein bisschen Meine Grafikmods ein bisschen rausgenommen Jetzt wollen wir nochmal gucken Jetzt sieht es auch schon besser aus Also irgendwas haut da Ach Den mod nicht rede ich hin Ah Auf langen gucken Hoffen ihr seid mir da die alte Böse Oh doch Oh doch Ja Nee Ich habe mir gleich ein Loch Also ich glaube nein wir wollen die nicht schon wieder beerdigen Die Geschichte kennt die Leute doch gar nicht Besser ist das Ja Wenn die wüssten was ich alles tun muss Ach man ey Wo seid ihr? Ich habe mich mit einer Ahnung Und wo bist du? Äh keine Ahnung Ja Ich bin in einer Höhle Oh ich habe Eis gefunden Ich bin auf einer großen Wiese mit vielen Blumen Ich habe Angst Ja ich habe auch ganz viele Böse gefunden Ich bin hier auch gerade Also ich glaube ich werde Ich glaube ich würde doch gerne ein bisschen weiter ziehen Ich würde hier nicht so Gucken ob es noch andere Gegenden gibt Die hübscher sind Können wir noch haben wir uns ja nicht niedergelassen Aber ich habe nur ein halbes Hunger Dings Ich muss euch finden Ein halbes Hunger Dings Ja Da bin ich noch besser dran Ich habe auch noch vier Äpfel Äh ich habe gar nichts mehr im Hunger Ich habe viele viele Schafe gefunden Ich habe verrottetes Fleisch Dank das Nein Ich habe noch so eine Waage Ahnung wo ihr seid aber Ich bin noch zu jung und zu hübsch um zu sterben Achso Für alle zur Info Das sage ich euch auch Ich werde den Link auch bereitstellen Es gibt zu diesem Let's Play auch eine Karte Kann man dann unsere Fortschritte sehen und alles Die werde ich auch in der Beschreibung reinnehmen Wow Weiß nicht was gerade passiert Ich habe ein Schaf geschlagen und es ist explodiert Du hast mit einer Axt zugeschlagen Ja Siehst du Ja Das ist was hier Oh ja was So ich such euch jetzt mal irgend Ich bin hier gerade bei unserem See Jetzt laden nach Jetzt laden nach Jetzt laden nach Oh 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 Da steht einer am Baum Ich weiß nicht wo ihr seid Hallo Turbo Ich habe eine Höhle gefunden Hier ist Turbo der ist mal wieder ultra fleißig wie man sieht Also ich besorge gerade mal ein bisschen Rinder, Fleisch und Leder Oh ich dachte du besorgst Rinde Also wollen wir uns jetzt hier eigentlich niederlassen oder nicht? Also ich würde gerne weiterziehen noch ein wenig Heidet euch mal Ich bin schön da Ah So Mehrheitliche Abstimmung wir sind eine Kommune Meine schlechteste die ging nicht aber ich würde trotzdem mal ein bisschen Ja weiter gucken werden wir auf jeden Fall auch noch Ich weiß nicht wo ihr seid Ich habe mich verlaufen Gerade auch ein wenig Ich habe eine Ebene mit Schafen und einer Spinne gefunden Also ich weiß nur es wird gerade wieder Nacht Ja das weiß ich auch Und ich weiß nicht hier einigem Einige Einstellungen von unserem anderen Server immer noch auf diesen Server greifen Ja Weil wenn ich Eisenabbau kriege mit einmal Eisenherz Also ne hier hier fertige Eisenbahn Das MCMMO kann ich leider nicht weltbegrenzen Ah sowas aber auch Es wird dunkel und ich bin alleine Ja Das ich auch Ich auch Hat jemand Kohle? Ja Ohne Ende Ich habe gerade Tue wo ich komme Ich habe welche in den Hofen reingetan Ich habe Skelette Aber ich will Schöne in der Kiste ist auch was Es ist dunkel Ich habe so viele Blumen gefunden Meine Einstellungen sind schön hell Also Kerstin ist unsere Blumentante Super Versorgt uns immer mit Blumen Aber das ist doch nett gemeint Das war nicht Blumen Das war nicht Blumen Oh oh So ich beginne mich mal wieder auf Scheißeskelette In die Richtung wo ich denke dass der Ruhe läuft Oh fucken Hallo Skelett Hallo Skelett Hallo Skelett Nummer 2 Auer das tut mir weh Verdammt ich hätte mir die Koordinaten aufschreiben sollen müssen Mann Also ich würde mal sagen wir gehen mal in die Höhle Hast du jetzt das Skelett rein und zurück Hast du jetzt das Skelett rein und zurück Für die Nacht Welche Hier vorne wo wir gebaut ein bisschen haben wo die Öfen sind alles Ich weiß nicht mehr wo die Öfen waren Ich weiß nicht mehr wo die Öfen waren Kack Skelett Ähm jetzt bin ich noch orientierungsloser aber ich gehe trotzdem Hier Der wird uns beschützen Bei welchen Koordinaten sei ich mir gerade Krieg war's Würde ich auch gerne wissen Ähm Wir sind bei X Äh Y 63 Z Z 245 Und X Minus 8 Ok Dann bin ich ja gar nicht mal so schlecht Wie war das mit Wir sind noch Wir sind noch alle dicht zusammen Also äh wie war das mit Z Ich sehe es Z Z Z haben wir 257 Ich höre hier schon wieder so komisches Viechstöhnen Bei mir stöhnt alles Ach da oben Da oben ist er Ja Hat einer Ein Setzling Mitten auf einem Block So Aber ich glaube ich habe den See gefunden Ich sehe auch und sehe und ich sehe Licht Fackeln Ja ich habe es gefunden Ich bin zu heim Ich sehe einen Haufen Krüfer und Skelette WTF Ähm 14 Hühnchen Und was schmatsche ich hier rein 4 x Schweinefleisch Au Au voyage Warum lasst du euch verfolgen Braucht irgendjemand Hilfe? muss ich zu erinnern kommt ein bisschen das wasser ich will immer noch ein bisschen die richtung angeht soll ich betten bauen 2 könnte ich Achtung wo ist es ich habe eine andere Idee gefunden und auch uns ich habe glaube ich gerade ein Feld kaputt gemacht irgendwer hat mich gerade kaputt gemacht Herrgeber hat mich gehauen Warte mal wo bist du? Ach ne das ist Laris das ist doch kein ich seh dich gar nicht ich hab kein Essen mehr zurück und weg und krieg Damage ähm dann ich habe bei uns das so gemacht ich habe Laub gehauen solange ich ein bisschen Apfel hatte ne das ist etwas negativ ich esse noch ein bisschen rotes Fleisch eine Zombie-Horde äh ich glaub die eine Truhe reicht nicht da ist doch genug Holz drinnen dafür wie geht denn ne Truhe mach mal Kev was mach mal ne Truhe cool ich soll mit den Eisenbahnen fallen jetzt ich weiß nicht wie das geht ähm da kommen die hier alle her da habe ich eine Wiese mit den Truhen wohin mit den Truhen wohin mit den Truhen daneben einfach wo ich Zeug hinschmeißen kann und hier habe ich noch einen Lava-Wasserfall äh Lava-Fall Lava-Wasser ein Lava-Lava-Fall ein Lava-Fall ein Lava-Fall ein Hexe und ganz viele Schafe und Kühe und ein Schlebedeck ein Lava-Fall wo bist du ich bin nicht allzu weit weg sicher aber du hast ne Orientierung wie ein toter Hund gell äh ja so ungefähr also wie ein Nuss-Hörnschen ich glaub das hat mehr ich bin bei Koordinaten x333,3 y96 und z95 das freut uns ja alle sehr aber meinst du irgendeiner holt dich jetzt ab Leute hast du eigentlich Shattern? äh was? ob du den Shattern hast oder ausgeblendet wer kämpft da gerade gegen ein Skelett? ich Aua ok also der Shatter ist eingeschaltet bei mir nicht Aua ach ne bringt eh nix Aua ich glaub ich muss mir jetzt gleich ein neues Schwert machen und hier wieder Null ist das ist die Map hilft dir vielleicht ein bisschen so müssen wir noch spezielle Sachen suchen mit dem Link mal kopiert ich würd sagen wir sollten jetzt erstmal sehen dass wir jeder für sich genug Holz hat damit wir dann jeder eine kleine Hütte bauen kann oder wollen wir ein großes für die ganze Kommune bauen? ein großes gemeinsam aus ja na für den Anfang würde ich auch ein großes sollten wir gleich mal eine Kiste fertig machen wo wir alle unser Holz reinschmeißen ja sobald ich mich wiedergefunden habe können wir das tun dann wird ein Grundgerüst gebaut dann würde ich sagen kann jeder so ein kleines Zimmerchen oder was auch immer für sich einrichten was haltet ihr? hier oben hast du schon mal ein bisschen Holz hat er nämlich schon ordentlich was reingefahren äh in der obersten oder was? ja jawoll dann kann ich meinen Holz irgendwie auch mal mit rein tun dann würdet ihr mir nochmal ganz kurz eure Koordinaten durchgeben knapp nur mal so spaßeshalber 4 und 257 also X 4 und Z 260 fast X war 4 ja oder 0 ok ich bin gerade bei X 508 so warum bin ich jetzt ohne Holz hier runtergelaufen? und Z 260 oh Ton haben wir schon reichlich, wa? ok ja aber wenn du das brennst und zu äh Ziegeldinger machst dann reicht das nicht also also falls ich immer noch mal ein bisschen Eisen braucht zwei Eisenbarren hab ich noch ich muss jetzt erst mal schauen erst mal muss hier rauskommen es ist hier der Tag, ne? ja schick ja ja die nächste Nacht überlebt juhu, wir sind ja so gut er hat trotzdem vor allem Skilett beschossen nur durch den Schutz von mir oh Gott nein nein durch den Schutz von mir der beschossen dann denk ich uns wieder beschossen ja ich sehe zwar an einem See der so aussieht wie der See wo wir waren aber es ist nicht ne du entfernt sich immer weiter von uns aber das sag ich